So ihr Lieben, heute Live-Auktion auf Twitch, 19 Uhr geht es los. Hier diese ganzen Dinge werden versteigert, ab 1 Euro. Wer Bock hat, hier geile Playstation 1 Spiele, alles am Start. Also wie gesagt, jeden Donnerstag, 19 Uhr, Live-Auktion auf Twitch. Crash ist bereit, wir streamen gleich, es geht gleich los. Was gibt es denn hier Schönes? Boah, geile Lösungsmücher, Silent Hill, hier ist auch noch Granatenzeug. Schöne Switch-Spiele haben wir auf jeden Fall. Natürlich hier ein paar geile PS1-Spiele, Wendelharz, Panzergeneral, dann haben wir hier noch ein paar Steelbooks. Dann für die 360 habe ich ein paar seltene Games am Start. Also wie gesagt, heute Abend Live-Auktion auf Twitch unter GameCenterVS. Wir sehen uns.